Seid ihr gut drauf? Wir sind nur eine halbe Stunde zu spät zum Soundcheck. Ups! Das ist ja zum Glück nicht der Auftritt. Wir rennen dann einfach, dann kommt der Sport-Team-Part. Gleich haben wir ganz zweimal gesehen. Schön hier. Jetzt blieben wir rechts ab. Sehr gut. Wir gehen in eine Absperrung. Ich habe jetzt keine Hunger. Wir haben uns voll beeilt. Und jetzt haben wir noch voll viel Zeit. Das war eigentlich perfekt. Ich wollte nur eine Stunde zu spät. Und nur zu meinem Soundcheck. Ich versuche auf denundenen Moment. Das ist derartoff. Das ist derartoff. Das ist derartoff. Ich bin dabei raus. Untertitelung. BR 2018 Also ganz kurze Hintergrundstory. Wir sind ja auf dem Zwiebelmarkt. Deswegen ist hier alles mit Zwiebeln. Wurst, Zwiebelschnaps. Ich habe heute den Zwiebelkuchen. Den muss ich heute noch probieren. Ich habe noch nie Zwiebelkuchen gegessen. Du hast dich schon da. Scheiße, das ist eigentlich nicht gut. Ich war da kein 13. So lange ich nicht von der Bühne falle. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Und jetzt geht es zurück, weil ich jetzt im Backstage muss, weil mir jetzt geht es noch groß. Hallo. Okay, let's go. Oh nein, oh nein. Guck mal. Ich habe mich von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen und ich finde sie schon sehr süß. Ich habe mich von meiner Schwester zu Weihnachten. Ich bin ein Schubacher. Ich bin ein Schubacher. Ich bin ein Schubacher. Guck mal. Ich bin ein Schubacher. Rauf! Das geht lauter, seid ihr nun drauf? Rauf! 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 See ya! Das war geil. Das war ein komplett Mensch da. Hast du das echt getrankt? Ja? Ja! Es sah richtig heiß aus. Was machen wir jetzt? Baderieus oder? Jetzt, jetzt Updance.